Hallo, ich bin Christian Rohde und unter anderem die Stimme von Christopher Plummer, den ich oft synchronisiert habe und begonnen habe, schon vor vielen Jahren, mit dem Oedipus. Sie soll mein nächstes Opfer sein, mit ihr will ich meine mentale Puppe die Nase aufführen. Als ich anfing, das war 1958, wurde ich eingeladen in ein Synchronstudio irgendwo in Westdeutschland, da in der Nähe von Darmstadt, vielleicht war es Frankfurt, ich weiß es nicht mehr genau. Aber jedenfalls kam ich mit gutem Mut dahin und dann hieß es, ja bitte, Herr Rohde, fangen Sie mal an und so. Und dann kam aus dem Hinterhalt sozusagen die Stimme, nicht synchron, dachte ich, oh weh, was mache ich jetzt? Noch einen Versuch, dann kam nochmal, nicht synchron, dann dachte ich, ich bin völlig umsonst hier. Ja, Herr Bode, das war, ich sage, mein Name ist Rohde, oh, verzeihen Sie, ja, ja. Und er hieß Meier und dann habe ich zum Schluss gesagt, gut, Herr Bayer, dann ist es wohl nichts geworden dieses Mal. Mein Name ist Meier, ja, sage ich, entschuldigen Sie bitte. Und dann habe ich das Synchronstudio verlassen und bin acht Jahre später dann in Berlin erneut ins Synchronstudio gekommen. Aber da haben sie dann nicht gesagt, nicht synchron, sondern dann ging es ganz gut vorwärts. Naja, am Anfang war sie nicht da und ich habe dann eine Ausbildung, zweijährige Ausbildung gehabt bei Professor Alice Solcher. Das ist lange her, 55, 56 und die hat mir sehr geholfen. Eigentlich wollte ich ja Sänger werden, da hat sie aber gesagt, nee, das lass mal lieber, so toll ist das nicht. Aber ich werde dich ausbilden zu einem gut sprechenden Schauspieler und das hat sie gemacht und ich bin ja sehr dankbar dafür. Und die Stimme war natürlich am Anfang nicht trainiert. Sie hat mir ein paar Tipps gegeben, wie man sie eben auch bis ins hohe Alter fit hält. Nämlich durch das Atmen, durch das bewusste Atmen. Sie hat auch gesagt, man kann Husten auch mal wegatmen. Also das waren so ein paar Tipps, die sie hatte und die mir sehr geholfen haben. Unter anderem mache ich auch heute noch, wenn es sein muss, Stimmübungen und benutze den kleinen Hai. Jetzt wetzt, der letzt, gehetzt, entsetzt, des Messers flitz, gespitzt und so weiter. Das ist sehr hilfreich. Und der Korken auch, den man zwischen die Zähne klemmt und dann spricht, das ist sehr hilfreich für die Artikulation. Es ist die Freude eines Schauspielers und auch Sinn seines Berufs, in verschiedene Charaktere hineinzusteigen. Und ich will Ihnen auch sagen, was die Ursache ist. Wissen Sie, ein Schauspieler hat meistens ein Problem mit seiner Identität gehabt oder hat sie immer im Laufe seines Lebens. Deshalb sucht er andere Identitäten und möglichst viele. Das befriedigt ihn ungemein auf der Suche, will ich mal sagen, nach neuen Identitäten, weil ihm eine eigene vielleicht fehlt. Mein Vater war Kunstmaler und er hat auch manche Schauspieler porträtiert und hat immer gesagt, merkwürdig, Schauspieler haben kein Gesicht, wenn sie privat sind. Umso mehr Gesichter haben sie, wenn sie spielen. Oh, das ist vor allem Menschenkenntnis, die er haben muss. Eine überragende Menschenkenntnis. Und er muss eigentlich Psychologie studiert haben auch, denn das spielt eine ganz große Rolle bei der Entdeckung von Verbrechen und so weiter. Er muss sich ja hineinfühlen in die psychische Befindlichkeit des Täters. Und er muss gute Nerven haben. Er muss sehr gute Nerven haben. Denn er kriegt in seinem Leben oder in seiner Tätigkeit Dinge zu sehen, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt. Und er muss die Nerven dabei halten. Mein Freund hastete los und uns blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. An der Verbindungstür zum Sonderwagen wurden wir aufgehalten. Nichts, rief Holmes und warf die Arme hoch. Doch dann erstarrte er mitten in der Bewegung. Er zog mich am Ärmel und deutete auf die schwarze, von Kohlenstaub bedeckte Gestalt, die auf dem Tender vor dem Sonderwagen stand. Sie stützte sich auf ein merkwürdiges Gerät. Es ähnelte einem Gewehr, besaß aber einen überdimensional dicken Lauf. »Watson, haben Sie Ihren Revolver?« stieß Holmes hervor. Ich bejahre das. »Dann erschießen Sie diese Person. Rasch! Sie haben nur eine Chance, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist.« »Aber, aber wieso?« stammelte ich. Da hob die Gestalt vorne im schwarzen Anzug das merkwürdige Gewehr. »So schießen Sie doch, Watson!« Holmes kreischte es förmlich. Ich schluckte, ich schluckte und legte an. Die Detonation aus der alten Webleh ließ den Waggon-Innenraum erbeben. Also das sind nur einige Aspekte. Ein echter Detektiv würde Ihnen noch sehr viel mehr darüber erzählen können, natürlich. Ja, das war schon ganz anders. Ich will kurz erzählen, 1955, also ich muss schon sagen, anno 1955, begann ich beim Norddeutschen Rundfunk Hörspiele zu machen. Und zwar in der berühmten Folge Schulfunk. Das war damals sehr beliebt. Also wenn Wassergeplätscher waren, dann wurde das richtig dargestellt. Und wenn man in die Badewanne musste, dann musste man auch wirklich in die Badewanne, im Badeanzug. Und so realistisch, so naturalistisch wurde gearbeitet. Und dann noch etwas, was ganz anders früher war. Wir haben natürlich nicht einzeln gesprochen, sondern wir haben mit den Partnern zusammen gesprochen. Also nicht ge-ixt, wie man heute sagt, wenn man alleine vorm Mikro steht, sondern wir haben die Szenen so gespielt, wie sie vom Autor gedacht waren. Das heißt bis zu sechs, sieben, acht Personen vorm Mikro. Und die Inhalte haben sich natürlich auch geändert. Zum Beispiel ist das alles ein bisschen altmodisch damals gewesen, aber das hat die, wie soll ich sagen, die Fantasie der Zuhörer ungemein beflügelt. Und das entbehrt man manchmal heute. Aber wir versuchen bei Sherlock Holmes eben wieder eine solche Welt herzustellen, die auch die Fantasie des Zuhörers animiert und er sich in einer anderen Existenzsphäre auffällt, wenn er diese Hörspiele hört, als das früher war. Und das macht eigentlich sehr viel Spaß und schafft dem Hörspiel auch seinen gebührenden Platz innerhalb der Medienwelt heute. Wir nehmen zusammen auf, weil wir uns das ausbedungen haben. Denn die beiden Figuren sind so dominant, dass es schade wäre, wenn man die x-en würde. Und mit Peter Gröger arbeite ich unglaublich gern zusammen und wir improvisieren auch viel und das macht ungeheuren Spaß mit ihm. Ich achte darauf, dass man verständlich spricht, und zwar was das Akustische betrifft und auch was die Inhalte betrifft. Und ich achte darauf, dass die Sprecher nichts dem Zufälligen überlassen, dem Vermutbaren, dem Nebulösen, sondern dass wir genau darauf achten, wie wir wann etwas sagen und dass wir die psychologischen Hintergründe genau erkennen, um sie dann auch klar und deutlich wiedergeben können. Das heißt, dass wir wirklich bewusst sprechen und bewusst die Inhalte transportieren. Das halte ich für das Wichtigste, damit der Zuhörer auch versteht, worum es eigentlich geht. Na ja, erstmal muss ich sie ja hören. Und wenn sie gut sind, gratuliere ich ihnen. Und wenn sie nicht gut sind, das heißt, wenn ich nicht verstehe, was sie sagen oder was sie spielen, dann versuche ich ihnen den Weg zu zeigen, wie sie es machen sollen. Und ich habe es schon gesagt, das Wichtige ist die Verständlichkeit, und zwar die akustische und auch die inhaltliche. Ich stehe oder ich stand sehr gerne auf der Bühne, aber ich muss sagen, dass ich dann das Leben im Synchronstudio auch sehr geschätzt habe, weil es uns auch ein bisschen weggeführt hat von dem Ernst des Theaters. Ich habe nie in meinem Leben so viel gelacht und so viel Spaß gehabt wie im Synchronstudio. Das ist jetzt dadurch, dass wir Xen und allein da stehen, ein bisschen traurig geworden. Aber damals war das für mich eine wunderbare Entspannung. Wenn ich an die Serien von Tennisschläger und Kanonen denke mit Robert Kalb, den ich da gesprochen habe. Das waren wunderbare Zeiten, das muss ich schon sagen.